Wenn wir Zugriff auf das Gate haben, wo sich es über ein paar Klonkonten leiten, damit sie es nicht nachverfolgen können. Danach kannst du machen, was du willst. Es den Opfern geben, es spenden, es in eine Badewanne schütten und dich singend darin wälzen. Das erste Bagley. Du drehst durch. Aber ich muss zugeben, dass mich der Gedanke, die Bank of England auszurauben, ebenfalls erregt. Also haben wir ausgeraubt. Fertig. Okay. Okay. Es ist so alt! Aufhören! Halt! Ich werde... Shit! Hier liegt jemand! Da! Alles sauber! Weiter geht's! Ich werde schon über ein Jahr spät vor uns zu sein, ne? Hm. Irgendeine Spur vom Ziel? Klingt wieder so, als würde der da stehen, ne? Suchen wir weiter! Könnte mittlerweile... Oh! Ich bin sicher, dass er hier irgendwo ist! Hier wurde jemand verletzt! Ich sollte weiter suchen! Ich bin sicher, ich werde einen. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher! Ich bin sicher, ich bin sicher! Er hat einen Verletzten! Oah! Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher! Nur Verletzte, glaube ich Junge, Junge, haben wir jetzt alle erledigt? Oh ja Fast genug, oder? Okay So, wie hätte ich das jetzt so machen sollen? Einfach, wenn wir alle Spider-Out reinwerfen sollen, oder wie? Äh So, ich muss gleich hochholfen, ne? So Ah, so klein Wenn der jetzt mal hackt So Ach so Schleckt da alles, natürlich muss das sowas sein Natürlich Äh Ach du Scheiße, das ist Auch hier Genau hier auf die Kameras Das ist einfach, oder? Oh je So Aber dann geht's da lang Weg Das ist jetzt wirklich jeder Raum hier Ach Jeder Raum ist jetzt einfach eine fucking Ne Nee Ich bring hier einfach wieder So Einfach nur, falls kompliziertes Rätsel oder so So Nur zu machen So, das war schon Ich habe ihre Knoten gehackt Und sie wissen es Gleich stecken wir mitten in der Scheiße Bereich überwachen Geh jetzt rein Ich kann das nicht Der Transfer läuft Aber ich brauche mehr Zeit Ich kann das nicht Der Transfer läuft Dann Geh jetzt mal Das ist noch besser Kann ich helfen wir haben ungefähr die hälfte weiter so ich lade ich bin ich brauche hilfe fast geschafft halt noch ein bisschen durch ganz abgeschlossen erste sahne dann lass uns von hier verschwinden zack wir haben sie wieder angemacht oder das? ich konnte alles alles gelbe zu uns umleiten man weiß nie wann man das brauchen kann das war krass ich füge meinem lebenslauf definitiv bankraub ins taxi wieder dein adrenalinausstoß war höher als der eines pugsers der einen fallschirmsprung wagt das nennt man wohl den rausch des spielers leuten zu helfen die von den kellys ruiniert wurden während man den rausch seines lebens bekommt ist echt verdammt lohnenswert ja alles klar mission abgeschlossen ab zur bank seh ich nur so ein paar so ein paar leute auftauchen wo du ne komplette bank ausraubst ja du weißt was ich denke ich mir erwartet gehabt achja ich wollte aber noch auf meine mission genau irgendwas oder nicht ich will noch mal ein paar scans draus ich hoffe ich glaube vielleicht noch irgendwas auftaucht und wann war erfolgreich haben wir irgendwas aufgedeckt ne ok hauplan diebstahl wollen wir jetzt nur auf den ne ja in der anderen mission halt noch in der anderen storypart aber den kommen wir mal später du 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 ich beginne mit dem briefing sobald du bereit bist sobald ich bereit bin cool ja wollen wir doch mal wollen wir doch mal dass wir gebrieft werden achso sie hat einfach jetzt ne neue mission oder was bereit da zeigt mir wurde eine mögliche entführung gemeldet ich schicke euch die infos klang als hätte es mit was großem zu tun das ist eine echte chance auf gerechtigkeit alles klar wir sind dran es ist irgendwie immer eine chance auf gerechtigkeit ne es ist irgendwie immer eine chance auf gerechtigkeit ne man kriegt da ein nadebildschirm angezeigt ich überleg gerade haben wir ein nadebildschirm damals bei watchdogs 2 gehabt ich glaube nicht oder ich bin mir sicher ich bin mir sicher ich muss mal gucken ob ich watchdogs 2 auf platin gespielt ich bin mir sicher bei diesem spiel kriegen wir eigentlich locker hier easy auf platin allgemein ich glaube ich bin es auf spiel sind echt was platin angeht eigentlich recht roman wer bist du denn ein entwickler so was kann ich mit dir für dich tun ich habe gehört du suchst nach deadsec warte du bist von deadsec vielleicht ja vielleicht nein kommt drauf an was du mir zu sagen hast gut ich will dich nicht lange aufhalten es gibt da eine freiheitskämpferin ja sie ist clever erstaunlich dass sie nicht bei deadsec ist aber sie ist durchgeknallt will leute abschlachten aber jetzt haben wir die scheiße was meinst du damit die freiheitskämpferin hält meine freundin gefangen ihr müsst sie aufhalten und meine freundin retten bevor es zu spät ist ja wir deadsec kann da was tun ich werde es weitergeben sehr schön ok wir dürfen wegziehen um nur das zu erfahren hast du irgendwas gefunden wirklich? ja die geschichte stimmt der sms verlauf bestätigt seine aussagen und ich konnte die position der letzten nachricht zu ihrem absender zurückverfolgen wir sollten uns das ansehen sende koordinaten und hier hier waren wir auch schon gewesen doch hier waren wir schon gewesen stimmt hier waren wir schon gewesen so da waren wir hier auch ne Aua Taxi sollst mich da nicht mitnehmen hier jeder hat jemand ein bonifiziertes gezicht gefunden wer es trafst für die Fahrräder uh oh und zieht mir eine Drohne mit Munition gut zu wissen so jetzt kann ich einfach mal wieder wissen na? Los mit euch! Hoh ich denn die Kahn! Wie blöden Wichser So, was ist meine Mission? Rette die Geisel, okay Muss ich wieder Geisel retten machen Ja, komm, Marina Back Das ist sie, hol sie hier raus Ja, dabei, entschuldige mal Nicht zaubern, oder? Sch, war da sonst noch jemand? Moment Genau, ich suche nach dem Arschgesicht Na, das war's, ich gebe auf Okay Er ist ja echt Motiviert, muss ich sagen Unglaublich Noch jemanden? Okay Bitte Bitte Was ist hier los? Na ja, egal, wir retten dich mal, ne? Gut, hol sie raus Ich bin frei So Er wäre schon mal die Gase, wo man kommen würde, ne? Das Problem nicht Bis zum nächsten Mal Ich bin zufrieden Ypsi Sie hat diese Irren eine Bombe ins Fahrzeug packen lassen. Fuck! Niemand sollte verletzt werden. Royal Courts of Justice, bitte halte sie auf. Wir müssen los. Die Justizgebäude sind mitten in der Stadt. Wenn die Bombe hochgeht, werden zahlreiche Unschuldige draufgehen. Und ein paar Anwälte. Tadaa! Weiß ich aber hin. Da fahr ich nicht hin. Ganz vergessen. Spielen. Der Weg ist zu weit. Da können wir viel schneller sein. Das ist halt die Bank of England. Die wir gesehen haben. Weiß nicht. Geil. So, wir brauchen ein Auto. Hier zum Beispiel. So. Ups. Ich war ein bisschen zu sehr auf die... Rückwärtsgang getreten, nee. So. Denk dran, du suchst einen Van voller Sprengstoff, der vermutlich so stabil ist wie ein einbeiniger Stier beim Kühe schubsen. Also, wenn du in ein Feuergefecht gerätst, versuch den Kugeln auszuweichen. Toller Tipp, Bagley. Echt 1A. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass die Bombe scharf ist und gerade auf die Zündung zutickt. Ich würde mich also beeilen, wenn du nicht darauf brennst, als öliger pinker Nebel zu enden. Ich bin hier auch schon mal gewesen, sogar schon. Aber war das nicht... Das war auch unsere erste Mission hier, oder nicht? Lieg ich da falsch? Hier war doch unsere erste Mission gewesen. Nicht blöd. So. Muss das Ding mal falsch zerrat? Ja, mir scheint jemand zu sein. Okay. Keine Computer, spiele hier mehr. Ne, 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 ne. Money. In Ordnung. Nehmen wir einfach mal mit. Ne. Ja, was ist denn weh? Ein Kot kriegen. Ja, der Kot ist zu viel über sie oben. Wir müssen ihn stehlen. Warte, hier drinnen. Warte, hier drinnen. Ne. Wahnsinnig. Alles klar, was? Nur ne Wache. Wir haben sie nicht mit gerechnet, ne. Ich sehe das Fahrzeug. Scheiße, da sind überall Menschen. Das kann übel enden. Okay. Wir haben das Fahrzeug. Was jetzt? Mir ist eigentlich egal, was du machst. Wenn du Todesopfer vermeiden willst, könntest du es in den Fluss fahren. Liegt an dir. Okay. Einer hat einen bestimmten Ort im Fluss, oder wie? Was soll ich machen, Alter? Ich poop schon alles und so. Ja. Äh. Wehe, das hat niemand aufgenommen. Ich würde mich noch nicht zu sehr feiern. Ihre Gruppe wird nach einem vereitelten Angriff nicht einfach aufgeben, sondern zurückschlagen. Leck mich am Arsch. Wir haben ein Trophäe bekommen. Warte noch rechtzeitig. Okay. Schieße sind das Rundel ab. Ah. Okay. Ist schon gestartet. Dann trocknen die schon. Warte den Van mit der Bombe in der Stadt. Haben wir schon mal schon. Wollte ich jetzt mal behaupten? So, jetzt machen wir es nach und nach. Die ganzen... Ne? Fertig. Die ganze Mission. Dann... ... haben wir... ...Latin... ... per Watch Dogs Legions gemacht. Ich sehe das Fahrzeug. Ich versuche es zu entschärfen, ohne es hochzujagen. Oh, es haut ab! Da ich jetzt die Art der Bombe kenne, kann ich sie aus der Ferne entschärfen. Dazu musst du nur nah genug dranbleiben, dass du ein Geschnetzeltes endest, wenn sie hochgeht. Irgendwelche Fragen soweit? Baby leicht. Ich schaff das. So. Genau. Ja, wieso machen die ganze Zeit away? Okay. Das war simpel. Wir müssen aber wohl immer noch Enid finden, sonst jagt sie weiter Sachen in die Luft. Irgendeine Spur, Bergli? Ist es zu glauben, dass Enids kompletter Zeitplan auf dem Bordcomputer des Fahrzeugs gespeichert war? Und genau deswegen gehe ich bei meiner Optik in den Flugmodus, wenn ich Verbrechen begehe. Ein Wort der Warnung. Die Terroristin ist nicht das einzige Problem. Vor Ort sind mehrere scharfe Sprengsätze platziert. Ich schicke dir jetzt ihre aktuelle Position. Okay. Hm. Warum? Immer wir. So. Wer soll hier hin? Dann gehen wir halt hier, ne? Machen das. Go-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh. Präsenge. Gut, gut. Na, das ist sinnvoll. Glauben wir dir, oder? Ah, ich muss jetzt schön an. Das ist die Baustelle, von der aus Annett Grimwood ihre Terroraktivitäten plant. An die Arbeitagent. Bomben oder Annett. Du hast die Wahl. Wundschärfen. Ah ne, was ist denn los? Waffe! Ne, ne, ne. So. Dann. Wollen wir den schon mal? So, zack, zack. So, dann noch was. Hey, du bist müde vom Weglaufen und ich vom Hinterheren. Gib einfach auf. Ach, hier komm ich mal nicht durch. Das war's. Weiter zu suchen macht keinen Sinn. Hallo dir. Hier. So. So. Alle Bomben wurden auf sichere, wenn auch nicht besonders spektakuläre Weise zerstört. So. Soll ich nach oben kommen, ne. Hm. Hm. So. Wie komm ich denn nach oben? Und dann haben wir ne Treppe da so. Ne Treppe nach unten. Hm. Okay. Finden wir den Scherz Keks. Ich such da weiter. Ja. Nicht ganz verkopfen oder? Hoppala. Ausschwärm. Wir kriegen das Schwein. Das war's. Das Schwein ist weg. Ja. Ihr seid inkonsequenter als... jede Boyband. Irgendein Followback. Na, ist was besonderes. Really? Hä? Ja. Schau mal. Ach. In dem Gebäude sind wir jetzt. Achso. Okay. Ich kann hier entkommen, aber... Alles eher nach Oberhaus. Bist ich nach unten gekommen? Dementschein gekommen. Hm. Ach. Hey. Ich kann hier nicht schnappen. Ach. Ach. Seid gründlich und findet mich. Easy. Wolltest du sagen, oder? Hiermit erkläre ich den Enid-Grimwood-Fall für geschlossen. Gute Arbeit. Danke, Mann. Es ist echt frustrierend. Eigentlich kommt man nur noch weiter, wenn man das System völlig umgeht. Ich kann es kaum erwarten, dass Elvian und Konsorten von unseren Straßen verschwinden. Aber normales Leben ist erst wieder möglich, wenn der Rechtsstaat wiederhergestellt ist. Eine Mathematiker. So, wir haben abgeschlossen. Dann war die selber schuld. Kann ich jetzt mal behaupten, oder? So, wir haben hier noch was aufgedeckt jetzt an Paketen oder so. Sieht jetzt so aus, ne? Leider nicht. So, dann haben wir noch unsere nächste Mission, die ich hier abspiele. Okay, wir machen das mal. Ich beginne mit dem Briefing, sobald du bereit bist. Naja, ich bin ja eigentlich ready. Ich bin aufgehalten von der Mission von der da. Ja, die hält mich immer wieder auf. So, machen wir mal. Folgendes wissen wir über Nigel Cass. Er arbeitet an etwas mit dem Namen Projekt Themis. Der Mangel an Informationen darüber ist beunruhigend genug. Wir wissen allerdings, dass Cass das menschliche Element aus dem Gesetzesvollzug entfernen will. Er arbeitet auch mit Tidus, was nie gut ist. Tidus macht Geschäfte mit Albion. Übles Zeug wie autonome Waffen, Algorithmen für menschliche Zielerfassung. Tidus ist also unsere beste Spur, um das Geheimprojekt aufzudecken. Ihre Sicherheitssysteme sind jedoch schwer zu knaschen, weshalb Hamish eine interessante Lösung vorgeschlagen hat. Albion arbeitet an einer Mikrodrohne. Davon hat mir mein Kontakt erzählt. Sie ist zwar noch nicht in Produktion, aber wenn wir die Pläne kriegen, können wir unsere eigene bauen. Um die Tidus Security zu umgehen. Richtig, richtig. Sie sind mega klein. Sie sollen Albions andere Drohnen warten. Weil sie so klein sind, gelangen sie an für andere unerreichbare Orte. Gut, so sieht's aus. Wir müssen also das Drohnenfertigungslabor von Albion infiltrieren und uns die Pläne schnappen. Und dann habt ihr ein nettes Gadget für den Einbruch bei Tidus. Genial. Ich schicke euch den Ort. Seid vorsichtig. Albion teilt nicht gern sein Spielzeug. Okay. Stehen die Mikrodrohnen-Rundbaupläne. Okay, machen wir. Platz. Können wir gern. Zack. So. 6 auf 49 haben wir. Sorry, man. Aber ich brauch dein Auto. Falsch die Tasse gedrückt. Sorry. Bye. Und ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh